Geschäftsführer und Führungskräfte müssen aktuell drei Herausforderungen meistern, um KI in das Unternehmen zu integrieren. Mein Name ist Claudia Hilker und ich unterstütze viele Unternehmen in der digitalen KI-Transformation, damit sie Wettbewerbsvorteile erhalten. Punkt Nummer eins der Herausforderung sind die Investoren. Sie erwarten, dass mit KI Unternehmen wachsen. Also integriere KI in die Geschäftsmodelle und in die Produktinnovation. Zweiter Punkt sind die Kunden. Sie erwarten, dass KI in deinem Geschäft integriert ist, in Marketing, Vertrieb, Kundenservice. Also integriere KI in diese Bereiche. Und dritter Punkt, deine Mitarbeiter erwarten, dass KI in deinem Unternehmen integriert ist. Sonst werden sie dich verlassen, wenn sie weiterhin sich ständig wiederholende Aufgaben erledigen müssen, die auch Maschinen übernehmen können. Mitarbeiter wollen sinnstiftende, anspruchsvolle Aufgaben erledigen und ihre Talente weiterentwickeln. Melde dich bei mir, wenn du dazu Unterstützung brauchst.